Damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann bin ich noch mit weiterer Distanz zu den in der ersten Reihe sitzenden Kollegen, würde ich das von hier oben machen. Sie schütteln mir den Kopf, wollen Sie mich gerne da vorne sehen? Nein, nein, alles gut. Dann mache ich den Bericht von meinem Platz aus. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadtredner und Stadtredner, liebe Zuschauer, auch am Livestream, Gestatten Sie mir, unter diesem Tagesordnungspunkt einige Themen anzusprechen und einzuordnen, auch einiges, was heute nicht Teil der Beratung ist. Die aktuelle Situation in der gesamten Stadt und auch in der Verwaltung ist weiterhin durch die Corona-Krise dominiert. Für jede Dresdnerin und jeden Dresdner sind die aktuellen Herausforderungen sehr individuell. Manche Menschen leiden stark an den geltenden Kontaktbeschränkungen. Für wiederum andere steht das wirtschaftliche Überleben auf dem Spiel, begleitet von realen Existenzängsten. Für Familien ist die Schließung von Schulen und Kitas das dominierende Thema. Gleichzeitig ist die reale Gefahr für viele Menschen durch das Virus nicht gebannt. Unsere Aufmerksamkeit liegt dabei vor allem auf den älteren Menschen, insbesondere in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Wir haben als Krisenstab zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen und die jeweiligen Rechtsverordnungen des Freistaates durchzusetzen. Zu diesen Maßnahmen gehört zum Beispiel die Einrichtung eines Drive-in für Corona-Tests gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, um gerade das Personal in Senioren- und Pflegeheimen schnell und unkompliziert zu testen. Wir waren weiter in der Lage, für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schutzausrüstungen zu beschaffen und im Moment zu verteilen. Wir können mit der Unterstützung lokaler Unternehmen genügend Mund-Nasenmasken produzieren, um diese an ältere Menschen, sozial Benachteiligte und Asylbewerber zu verteilen. Gleichzeitig haben wir mit dem Stichtag von heute 7.000 Anträge auf Soforthilfe beschieden und zur Auszahlung gebracht. Das Bürgertelefon, besetzt mit Experten aus dem Gesundheitsamt und Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen der Verwaltung, hat mittlerweile in über 10.000 Telefonaten den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Die Erzieherinnen und Erzieher betreuen zurzeit rund 4.000 Kinder täglich im Notbetrieb an fast 400 Standorten in der Stadt. Nur so können diese Eltern ihren wichtigen Aufgaben in der kritischen Infrastruktur nachgehen. Die Liste an Maßnahmen, die wir in den vergangenen Tagen und Wochen ergriffen haben, ließe sich noch wesentlich länger ausführen. In jedem Geschäftsbereich arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir diese Herausforderung als Verwaltung und damit als gestammte Stadt bewältigen. Gleichzeitig gilt es, auch Aufgaben zu erledigen, die zwar nicht mit Corona im Zusammenhang stehen, die aber dennoch für unser Gemeinwesen unverzichtbar sind. Ich persönlich erlebe dieser Tage Beschäftigte einer Stadtverwaltung, die mit großem Engagement und persönlichen Einsatz für Dresden agieren. Mir ist es wichtig, dass Sie als Stadträtinnen und Stadträte die Verwaltung in dieser herausfordernden Zeit weiterhin konstruktiv begleiten, aber auch positiv wahrnehmen, dass die Stadtverwaltung hier eigentlich leistet. Und dazu gehört es auch, dass wir am Montag in einer wirklich schwierigen Situation Mund-Nasen-Bedeckung an die Dresdner verteilt haben. Ich gebe offen zu, dass wir mit einem solchen Ansturm nicht gerechnet haben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Frau Jenischen und des Ordnungsamtes haben aber fantastisch reagiert und die lange Schlange in kurzer Zeit abgebaut und auch dafür gesorgt, dass die Abstände weitestgehend eingehalten wurden. Wenn sich jetzt einige hinstellen und meinen, das sei alles show gewesen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Gerade ältere Menschen und sozial Schwache waren kaum in der Lage vom Freitag, als der Freistaat die Massenpflicht bekannt gegeben hat, bis Montag einen solchen Schutz zu besuchen. Hier hat Dresden schnell reagiert und genau für die Menschen gehandelt, die einen akuten Bedarf hatten. Und gestatten Sie mir auch eine Bemerkung, da immer wieder der Vorwurf zu hören ist, die Verwaltung wird in Teilen am Rat vorbei agieren. Ich kann dem nicht zustimmen. Zum einen haben wir die demokratischen Prozesse hier im Rat aufrechterhalten, während in zahlreichen Kommunen die Ratsarbeit komplett eingestellt wurde. Zum anderen gibt es eine klare Trennung der Zuständigkeiten, die wir genauestens beachtet haben. Beispiele hierfür waren die Soforthilfe oder der heutige Tagesordnungspunkt Sondernutzung und auch der nachgeladene Punkt über die Fachförderrichtlinien. Ich kann für meine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie für mich sprechen, wenn ich sage, dass wir gar kein Interesse haben, sie als Rat nicht ausreichend zu beteiligen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Folgen der Krise werden wir nur gemeinsam bewältigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und eine dieser Folgen wird sein, dass wir mit enormen Einnahmeausfällen im städtischen Haushalt rechnen müssen. Allein im Bild der Gewerbesteuer müssen wir mit einem Minus von 120 Millionen Euro rechnen. Hinzu kommen Einbußen bei der Einkommenssteuer, der Bettensteuer, der Sondernutzung, den Parkgebühren und so weiter. In Absprache mit mir hat deshalb der Beigeordnete für Finanzen völlig zu Recht eine Haushaltssperre verhängt. Selbst wenn, wovon wir und auch die Wirtschaftsexperten der Bundesregierung ausgehen, die Konjunktur Ende des Jahres wieder anspringen wird, werden auch in den kommenden Jahren die Effekte dieser Krise nachwirken. Das bedeutet, wir werden uns auch in den nächsten drei Jahren auf deutlich weniger Steuereinnahmen einstellen müssen, als wir bisher auf Basis unseres Doppelhaushalts für die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 angenommen haben. Unsere Ausgaben laufen aber unverändert weiter. Das kann so nicht bleiben. Wir alle sind gehalten, nun ein besonderes finanzpolitisches Augenmaß zu wahren. Natürlich wollen wir die Investitionskraft und den sozialen Zusammenhalt unserer Stadt nicht gefährden. Jetzt mehr denn je. Das schließt aber nicht aus, dass wir uns unsere Einnahmen und ganz besonders unsere Ausgaben gerade in diesem Krisenjahr und in den kommenden Jahren sehr genau anschauen müssen. Das betrifft sowohl den konsumtiven wie auch den investiven Teil unseres Haushaltes. Und wir müssen das vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Erarbeitung des Haushaltsentwurfs für die Jahre 2021-2022 machen. Es heißt, mehr denn je zu analysieren und zu priorisieren, welche Bedarfe vorhanden sind und wie wir diese decken können. Das werden wir, die Verwaltung, gemeinsam mit Ihnen als Stadträte tun. Fakt ist aber auch, dass Bund und Länder in dieser Situation für die Städte und Gemeinden einen Rettungsschirm werden spannen müssen. Ohne diese Hilfe wird die kommunale Familie in eine dramatische Schieflage geraten. Meine Kollegen beim SSG und Deutschen Städtetag und ich haben die feste Erwartung und Forderung, dass hier bald Signale kommen. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, was mich vor allem hoffnungsfroh stimmt, ist die Tatsache, dass der Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit in unserer Stadtgesellschaft in diesen Tagen so stark spürbar ist. Ich erlebe Bürgerinnen und Bürger, die unermüdlich für andere Menschen da sind und Hilfe leisten, wo es nur geht. So gibt es so viele Initiativen und Nachbarschaften, die füreinander einstehen. Wir erwarten und erhalten viele Hilfsangebote und Spenden aus allen Teilen der Stadt und auch aus allen Teilen der Welt. Für diesen Zusammenhalt können wir sehr dankbar sein. Ein ganz kleines Puzzleteil davon findet auch in der Familie Hilbert statt. Deshalb habe ich Ihnen mit den besten Grüßen von meiner Frau jeden eine selbstgenähte Maske auf den Tisch gelegt und hoffe, Sie werden es zu nutzen wissen. Denn das Allerwichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben. Vielen Dank. Soweit zum Bericht des Oberbürgermeisters.